Kommunikation bringt Chancen und Risiken mit sich. Ein klärendes Gespräch kann Wunder wirken. Wenn es misslingt, kann die Situation sich jedoch auch verschlechtern. Nicht jede Botschaft bekommt die Chance, die sie verdient hat. Viele gute Angebote bleiben heutzutage unbemerkt. Vielversprechende Ideen verstauben in dunklen Schubfächern. Gerade respektvoll geäußerte Botschaften versickern zu oft oder prallen ab. Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Coach unterstütze ich in Berlin und online. Was wäre das für eine Welt, in der Menschen und ihre Botschaften die Chance bekommen, die sie verdient haben? Dafür setze ich mich mit meinen Erfahrungen ein. Ich trage dazu bei, dass Botschaften bei all dem Informationsüberfluss gehört und verstanden werden, die verdiente Chance bekommen. Dass Themen geklärt werden, auch wenn die Voraussetzungen gerade herausfordernd sind. Ich biete meine Erfahrung aus Marketing, Psychologie und Kommunikationswissenschaften dafür an, dass du sowohl dich als auch deine Botschaft überzeugend präsentierst, dich in Gesprächen, bei Präsentationen und in den Medien positiv abhebst. Das gelingt auch authentisch und mit anschließend gutem Blick in den Spiegel. Reisebegleiter. Um interessanten Botschaften zu gebührenden Aufmerksamkeit zu verhelfen und dafür zu sorgen, dass Ideen nicht am utopischen Konzept leben bleiben, schlüpfe ich regelmäßig in die Schuhe meiner Klienten, versetze mich in deren Perspektive, stelle Fragen, rege zur Reflexion an, gebe Antworten und biete Lösungsszenarien und Inspirationen. Ich bin dabei vermutlich nicht so weise wie Sokrates, doch eindeutig freundlicher. Und weil sich Botschaft und Persönlichkeit nicht voneinander trennen lassen und jede Präsentation stets auch Selbstpräsentation ist, lege ich besonderen Wert auf Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik und Körpersprache auf die Stimme. Erfahrung. Bei all den Herausforderungen fließen sowohl meine eigenen Erfahrungen als Ingenieur, Manager und Unternehmensberater als auch mein fachliches, psychologisches und methodisches Wissen aus Aus- und Weiterbildungen. Die Vielfalt der Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe und deren Themen, haben Spuren hinterlassen. Engagement. Ein spezielles Engagement gilt der Unterstützung von Menschen, die unter narzisstischem Missbrauch leiden. Seit mehr als 25 Jahren widme ich mich als wichtigen Teil eines bereichernden Doppellebens der Unterstützung bei Ängsten, Angststörungen, Traumata und narzisstischem Missbrauch. Das Leben entwickelt sich oft anders als geplant. Mensch. Meinen Lebensmittelpunkt habe ich in Berlin, verbrachte allerdings einige Lebenszeiten auf Reisen in aller Welt. Immer dabei, auch heute, meine Kamera. Und zur Begeisterung für die Fotografie kommt heute die Neugier am Einsatz bewegter Bilder. Das bringt es auch mit sich, dass ich persönliche Einblicke in mein Leben und das, was mir wichtig ist, jeden anbiete, die wissen wollen, was sie erwartet. Und sonst? Über all die Dinge, die mir sonst noch von A wie Ausstrahlung bis Z wie Zukunftswerkstatt durch den Kopf gehen, berichte ich unter anderem in meinen Beiträgen als Artikel und Videos. Schau auch mal vorbei. Ob du dann noch Zeit für die Morgenzeitung und die Tagesschau hast, das werde ich nicht versprechen. Carsten Norg, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Untertitelung des ZDF mal 1 ZDF mal 1 ZdF maier ZdF nicht. ZdF PLN